Hetsu. Töte sie und das Baby, es ist mir egal. Vergesst es, ich bin weg. Niemand wird sie anrühren. Ich mach das schon. Niklaus? Das ist ein Trick, Elijah. Nein, Bruder, es ist ein Geschenk. Das ist deine Chance, es ist unsere Chance. Worauf? Auf einen Neuanfang. Darauf alles zurückzuholen, was wir verloren haben, was uns genommen wurde. Niklaus, unsere leiblichen Eltern haben uns verachtet. Unsere Familie war zerstört, wir waren zerstört und seitdem wollten wir nichts anderes mehr. Wollten wir nichts mehr als eine Familie. Ich werde mich nicht manipulieren lassen. Sie manipulieren dich also, na und? Durch sie wird Hayley und ihr Kind, dein Kind, leben. Ich werde jeden Einzelnen von ihnen umbringen. Und was dann? Dann fährst du nach Mystic Forrest zurück und führst dein Leben als der Gehasste weiter, als der böse Hybrid? Ist es dir so wichtig, dass die Leute beim Klang deines Namens vor Angst beben? Die Leute beben vor Angst, weil ich die Macht habe, ihnen Furcht einzuflößen. Was wird dieses Kind mir bringen? Wird es eine Garantie für Macht sein? Familie ist Macht, Niklaus. Liebe, Loyalität, das ist Macht. Das haben wir einander vor tausend Jahren geschworen, bevor dir das Leben, das bisschen Menschlichkeit, das du noch hattest, genommen hat. Bevor Ego, bevor Wut, bevor Paranoia diese Person vor mir erschaffen hat. Jemanden, den ich kaum mehr als meinen eigenen Bruder wiedererkenne. Das sind wir. Die Urfamilie. Und wir bleiben beieinander. Für immer und ewig. Ich bitte dich, geh jetzt nicht. Ich werde dir helfen und ich werde dir beistehen. Ich werde immer dein Bruder sein. Wir werden uns hier beide ein Zuhause aufbauen. Also rette das Mädchen. Rette dein Kind. Nein. Und seine Vampire sind außer Kontrolle. Wir mussten etwas unternehmen. Und die Lösung ist, noch mehr Vampire herzuholen? Das sind nicht nur irgendwelche Vampire, Agnes. Das sind die Urvampire. Du glaubst also, dass du den Hybriden unter Kontrolle bekommst? Das schafft sie nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich das schaffe. Aber da ihr jetzt seinen Zorn auf euch gezogen habt, habe ich eine Frage. Was hält mein Bruder davon ab, euch zu töten, statt zu kooperieren? Au! Was war das? Der Zauber, den meine Schwester durchgeführt hat. Wegen dem sie jetzt tot ist, hat nicht nur die Schwangerschaft bestätigt. Er hat mich und Hayley verbunden. Das bedeutet alles, was mir widerfährt, widerfährt auch ihr. Und das bedeutet, ihr Leben liegt in meinen Händen. Klaus mag sein Kind zwar egal sein, es ist aber für sie von großer Bedeutung. Und wenn ich Hayley wehtun muss, oder Schlimmeres, um dafür zu sorgen, dass ich ihre Aufmerksamkeit habe, werde ich's tun. Du drohst einem Urvampir. Ich habe nichts zu verlieren. Sie haben Zeit bis Mitternacht. Sorgen Sie dafür, dass Klaus seine Meinung ändert. Ey Mann, wo bist du abgeblieben? ... ... ... ... Vielen Dank.